... als die Ungarn ihr Wunderteam um Kocic und Puskas hatten. Österreichisches Sieg in Ungarn hat einen Seltenheitswert. Nach einem Sieg 1932 gab es erst 1961 wieder einen Erfolg in der Dekka-Ära. Im Spiel, das wir hier sehen, gewinnen die Ungarn 1965 wieder einmal klar 3 zu 0. Wir zeigen Tore von Fakrasch und Dr. Feliweschi. Insgesamt wurden 132 Länderspiele zwischen Ungarn und Österreich gespielt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017